Jupp, es gab also ominöse Ruinen hier oben. Gucken wir uns jetzt mal an. Ich nehme alles mit, was Nied- und Nagelfestes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dafür bin ich da noch gar nicht gelevelt genug. Nein, ich möchte jetzt einfach nur noch weglaufen. Moon! Verfolgen mich aber scheinbar auch nicht, das ist ganz cool. Da muss ich auch gar nicht so hektisch weglaufen, aber das war mir jetzt, glaube ich, gerade echt ein bisschen zu... Das sind nämlich sogenannte Ice Raves. Und die sind relativ stark und da habe ich jetzt gerade relativ... Ah, womit habe ich das verdient? Das ist ja schon gut. Ist das jetzt der Drache, dessen Seele ich aufnehmen soll für die Wand, die ich da gerade... ähm... gedingst habe? Okay, ich muss ja hier mal dringendst eine Portion schlucken. Wo ist er denn jetzt? So, genau, feuere mich ruhig weiter an. Mit mir kann man es ja machen. Machen wir das mal anders. Ich gehe einfach da unten hin. Ich glaube, wenn der Boden eben ist, dann neigt er auch dazu mal zu... Ne, du weißt schon, was ich meine. Landen. Landen wollte ich sagen. Ja, genau. Warum habe ich eigentlich gerade keine... Ach, da habe ich ne Energieanzeige. Ich dachte schon. Ähm... Ähm... Okay... Oh nein. Soll es mich doch hier nicht anfeuern. Oh, ich warte einfach irgendwo... Okay, aber das ist auf jeden Fall tausendmal effektiver, als, ähm... ...als zu versuchen, ihn mit dem Bogen auf den Berg abzuschießen. Oh, ich sollte lieber unter ihm bleiben. Mach ich jetzt einen Special Move unter dem... Meine Fresse. Okay, epischer Augenblick. Aber wo ist er jetzt hingestürzt? Ach, da. Okay, das war jetzt echt ein relativ episches Ende für den Drachen. Ähm... Ich sollte an sich alles mitnehmen. Aber das Problem ist, dass ich dann wieder total überladen bin. Glaube ich. Ja. You are carrying too much. Und das sind alles tolle Sachen, die ich hier habe. Davon kann ich eigentlich nichts... Ja doch, das kann ich wegschmeißen. Aber das wiegt auch nicht. Obwohl, das könnte schon fast reichen. So. Iron Sword. Sowas könnte ich auch wegschmeißen, weil das einfach mal überhaupt nichts bringt. Und auch überhaupt kein Geld. Also weg damit. Äh, drop. Schön. So. Ja, total awesome. Und jetzt, wo ich das gemacht habe... Und diesen Berg hier entdeckt habe... Alter, wie weit ich schon gelaufen bin. Das ist ja unglaublich. Ähm, kann ich einfach mal per Schnellreise wieder zurück? Ich napf habe natürlich mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich werde jetzt mal einfach präventiv nur noch fünf Minuten spielen und dann mal gucken. Ach, ja. Ähm. Ja, ich muss hier ja mal nicht so... ...aggressiv abgehen. Eigentlich würde ich ganz gerne in dieses fette Haus laufen, weil da nämlich die Companions sind. Davon würde ich gerne einer werden. Das war nämlich letztes Mal auch ganz cool mit denen. Bis auf das eine Quest so ein bisschen verbuggt war. Oh, hallo Herr Schmied. Ich würde gerne... ...Sachen verkaufen. Warum habe ich sowas eigentlich noch? Naja. Ach nee, das bin ja gar nicht ich, der das hat, sondern er hat das. ...dachte schon. Mhm. Ah, ich habe dieses krasse Ding mitgebracht. Das hat ja übelst die geilen Fähigkeiten. Das sollte ich mal, äh, nicht so leichtfertig verkaufen. Aber das hier verkaufe ich und das hier verkaufe ich. ...Iron Sword. Oh, die kann ich auch später alle einschmelzen. Warum habe ich die mitgenommen? Nee. Äh, Restoration Space. Ich wollte sowieso nicht zaubern, da brauche ich mir auch die Zauberfähigkeiten davon nicht anzueignen. Und Miss Calenius. Da kann ich... Ah, ich kann die Pelze verkaufen, schön. Ich kann aber später Leder daraus machen und einfach meine Schmiedefähigkeiten ausbauen. Ich gucke mal, ob der coole Sachen für mich anzuziehen hat. Äh, zu schwer, zu schwer. Die habe ich doch gerade verkauft. Die könnten ganz cool aussehen. Stutted Armor, aber besser wird's, wenn dann nur mit schwerer Kleidung, aber schwere, also schwere Panzerungen. Schwere Panzerungen will ich nicht. Gut. Ja. So viel zu Schmiedefähigkeiten verbessern. Oh, und ich bin auch noch hochgelevelt. Ja, wenn das so ist, dann muss ich jetzt erstmal hier... Äh, jupp. Und wenn ich sowieso gerade erstmal nicht schleichen kann, weil ich gerade mal eine etwas schrottete Tastatur habe. Also, 30... Ach, deine Mutter. Dafür brauche ich 40. Ja, okay, dann... Hier, das kann ich gerade alles nicht machen. Cool. Oder uncool. Dann, ähm... Ähm, schön. Nee, dann lasse ich das erstmal und verschwende das nicht. So, und dann werde ich hier erstmal Kontakt aufnehmen. Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich mich ins Bett packen. Und dann könnt ihr mich mal an die Füße packen für heute. Hö, hö. Guck mal, wir haben uns hier mal die Schlägerei an. Bitch-Fight. Bitch-Fight. Haha. Gut, ähm, ja, quatschen wir mal mit Brille. Ich sollte mal mit irgendjemandem reden, der ein bisschen... Hallo, Farkas. Ähm, can I join the Companions? Okay. Suchen wir mal Kurt Lark. Oh, I'm just a citizen here. You want to talk to me now? Ähm... Es wäre schön, wenn sich das auch bewegen würde hier. Genau. Achso. Treppe runter. Nebel, Nebel. Hallo, Torva. Oh, ich richte hier gleich mal wieder Übelschaos und Zerstörung an. Oh, da sitzt er. Und bevor ich den anlabere, mache ich jetzt erstmal Pause. Na. Auf